Beim Zipflash jetzt nochmal mit den aktuellen Infos. Katrin Nachbauer bleibt vorerst Klubchefin des Team Straunach, so lautet das Ergebnis der heutigen parteiinternen Krisensitzung. Im kommenden März, wenn Nachbauer ihr Kind erwartet, will sie an der Parteispäze dann Platz für die geschäftsführende Waltraud Dietrich machen. Sie sei aber weiterhin stolzes Mitglied des Team Straunach Steiermark, so Nachbauer im Anschluss an die Sitzung. Weiters betont sie, ich stehe hinter den Inhalten, freue mich Teil dieses guten Teams zu sein. Nach ihrem Rücktritt als Klubobfrau möchte Nachbauer einfache Abgeordnete und Wirtschaftssprecherin bleiben.